hallo und herzlich willkommen zum finale von gratis war mit dabei sind vier leute drei leute aber ist der luke wieder war hallo jaden hallo und einmal so ein sauerbraten der hier hallo hallo ja rumba ist ziemlich ziemlich zu ich denke mal der macht das gerade scheinbar einfach vorne drein drauf los er ist gerade echt schickert wegen dings war ruf junge junge hauptige junge was ist das target digga man darf angreifen junge warte fakt direkt angriff es ist so dumm ja das ist ehrenlos eigentlich das ist bord gewesen ja der wird der wird mental down gehen der ist gerade schon von so richtig geboß band der ist davon jetzt richtig broke und luke was darf man nicht eingreifen und mich darf man angreifen was ist das für eine beschissene regel digga mal was einstellen muss einfach er macht der wird mental down gehen ja schon im vornherein er schon im vornherein genug geschwiegert macht das jetzt einfach auch mit dem ich mach das jetzt nicht erst nie sehr lustig er greift mich ins lande ich bin gerade erst gejolt ich dachte es kommt nur so oder starten aber nö ja es ist bei mir einfach voll ich bin ich auf dem berg vergraben vergraben berg vergraben grösschen und um den buch vor mit partner noch der panisch war du mich gleich mit der stunden wir wurden von kata pvp und anton zertrus und und von beiden geboßt werden und dann haben wir gegen lukio gefeitet und haben dann und ich habe mich dann halt gebürt weil ich sie nicht gegönnt habe und dann hat lukio mich richtig fett beleidigt der nimmt das viel zu ernst der meint ja ich hoffe ich hoffe wir sehen uns nie wieder und ja der der typ ist geistig behindert im kopf kann man so ehrenlos sein schwör ich dachte da steht jetzt auch jaden aber ne ist ja jeden du rumba sie ist einfach bohspam der ist ja schon mit rataxe quell wenn du bohspam bist ich auch ich würde schreiben sollen ja hast du aber schlechtes schlagfertig jetzt könntest du so ok nesk schreiben aber machen nur wenn du willst ich empfehle das nicht ich empfehle das nicht ich empfehle das nicht der wird dich so sehr schlecht blocken danach kommt er am ende da geht es gar nicht gut der wird dich so sehr schlecht blocken ich sehe schon kaum der ist so small den geht es gar nicht gut ja es freut mich ich weiß bitte einfach nur weg bei uns zu werden wieso hast du hier so viel kipp hast du auch so viele pots wie bei dings oder was ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe viel mehr späer rüstung das sieht gut aus dass ich habe keine ipod aber ich habe mehr späer rüstung ja ich könnte meinen händen zurückkehlt märkild ist ja ich habe als erwerber was mit dem geld morgen morgen Moin! Wer steht da? Der Tim ja geht. Ich will ja tschusten. Mich fuck der Typ so ab, Digga. Ich schreib jedes, ich schreib jedes, was ihn provoziert. Sorry, aber das ist die ehrenlose Aktion, wie es geht. Einfach direkt angreifen, obwohl man nicht mal weiß, ob's losgeht oder nicht. Sorry. Ehrenloseste Art und Weise. Auch wenn er grad mieses, toxisch drauf ist. Trotzdem fuck mich das ab. Ich habe ihm nichts getan und er muss sein Wut auf mich auslassen, das ist halt so dumm. Kann man halt so sein wie er. Nein, das ist einfach nur der Hobbypsychologe. Ich schwör, Digga, wie kann man so ehrenlos sein? Auch egal. Das liebe ich. Was liebst du? Ich bin so voll gefressen, alter. Ich hatte grad Döner. Ich hab was im Moment. Ich mach mal, was er jetzt macht. Ich hab was. Ich, ich. Ich hab was. I sandwitches. Impact. Ist das Impact. Ah, Rien. Er, wer ist das? gratis sind die oder im team einfach so ein buch von hinten mit buch von hinten drauf einfach mal so auf ich hab auch gebeten steckste eine kurze fahrer flashbacks Lauf Lauf nice Lauf den nehme ich den nehme ich den nehme ich das ist meiner ein nächstes jahr auf Ja, ich hab's gesehen. Das ist Gratix. Bro, der läuft nach links. Der ist dann, ja. Ah jo. Das ist der Mail von Gratix, oder? Ja, ist er. Ist der ja der Mail von Gratix, oder? Ja, ist er. Oh lol, hab ich gar nicht gecheckt. Das ist so, ja. Digga, die spamen nur auf mich, what the fuck. Franz 2 ist nicht so nice. Ich geh da rein. Lada, lada, lada. Frumba hat neun Kids. Hä? Zehn. hallo ich auch mal unterstützung vom solo oder so ja danke das passt schon so als ihn angegriffen kriege ich meine unterstützung sein aber das ding ist halt so er hat wirklich einfach nur diesen punch 2 keine feier er hat nix ist ja nicht mehr stark oder der macht macht nicht mehr einfach nur zum abpacken ich will den haben es ist gerade ein bisschen mies ob es was sie machen teilweise ich will ich will ich will ein kill haben danke ok oder er oder gärten dem warst du timo warst du nicht und das ist alles konzentriert junge es ist so ein gratis von der seite mit dem bau ist ja weh es ist irgendwie könnt ihr können alle nicht spielen die können alle nichts in leben können kotzen wie läuft sehr große probleme gerade und ist nicht so oft dass er alles überlebt was ist gerade was ist gerade alles passiert gegen impact und gratis bämmel von schweibow drauf ach du scheiße er leckt halt so rum was soll ich jungen warum muss er jetzt lecken wenn sein helm da und geht was ist das für scheiße hallo kann ich weiter hallo er timet er timet er timet da für den kill moin screen ich teile mal ich teile mal hallo ups oh ups ups ähm gut da war einmal war hinten ja bruder wirklich wusste ich dass da war nicht ist ja der wäre eh gestorben ja aus versehen hallo da kommt fisch hier an das ist das ist gratis und so das ist gratis und so das ist gratis und so das ist ein v2 wo äh v2 natürlich ach dicker junge rumba die sollen ruhig fighten renner einfach weg ne ne ich will das rumba verliert das rumba 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 oh jetzt wird rumba jetzt wird rumba ok der wird ins mental down gehen ok jetzt ist endgüßig die haben die haben die noch die geschwerte das ist ne die bekommen einfach nur ich extremst 4 knockback hab nicht sogar jemanden knockback schwert irgendwer hat doch noch geschwerte gehabt weil wir doch gesagt haben dass irgendwer abfocken will denn bist du das ja doch Jane ist verschieden ja ich bin fischiger könnt ihr Tim hinzufügen da kann er wenn er möchte ne der Timgay könnte jetzt der Timgay der ist eh tot der ist tot ja ich muss gratis helfen weil sonst haben die fischchen rumba gewonnen ich ob ich choose halt gern ob wir das ist in Ordnung gratis ist eh da ohne also der sagt dann es war kein choose weil er ja 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 wegen trotzigen und mit blick bock trotzigen basilikum koch warum bist du eigentlich nicht mit den rumba talk ich ja warum nicht eh ich hab doch keinen bock den zuzuschauen es rum was hat er mit nein wie kommt er jetzt da drauf hä er red doch die ganze zeit zusammen von den jane hinterher äh jane nein hä ich spiel da nicht mal mit wer ist dann fischi hä 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 fischi fischi ist fischi hä hä bist du tof ja schön dass er wie das juckt mich ich hab grad andere probleme ja und ich meine ich hab's gehabt der andere tut er war halt one-hit nein äh ich bin hallo ich bin lost denn wie heißt du denn im mc bläckend schütteln t t t nahe baller 3 st die fischi gefeiert ist und ich dachte das ist du ich hab ich hab ich hab ich hab ein account der Fischi Topp unterstrich heißt also er ist auch nicht h t fern h h h h h h h h h Digga, wie kann man so ehrenlos spielen, schwör digga, ne?